So meine Lieben, an dieser Stelle herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Animal Shelter Simulator. Ich hatte gerade einen Filmriss, nachdem ich jetzt eine Weile nicht gespielt hatte. Wie man hört, bin ich immer noch ein bisschen erkältet. Wir geben unserem Tierheim auch einen neuen Namen. Ich habe nicht komplett vergessen, dass wir ja beim letzten Mal das Zuckerli leider uns weggenommen wurde und wir deswegen unser Tierheim schließen mussten. Das heißt, die Staffel vorbei, neue Staffel, wir geben unserem Tierheim einen neuen Namen. Let's Rescue heißt es jetzt. Und da wir beim letzten Mal ja mit einer Katze begonnen haben, möchte ich diesmal gerne mit Hunden starten. Obwohl mir Katzen tatsächlich eigentlich ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, aber diesmal möchte ich gerne mit Hunden starten. Einfach um der Abwechslung biegen. So, das wird jetzt übel. Alles nochmal? Wow, genau. Tutorial können wir doch bestimmt überspringen, oder? Wenn wir das nochmal bekommen sollten. Oder sind wir? Bisschen, um dein eigenes Tierheim zu betreiben. Kümmere dich um deine Tiere, finde dein neues Zuhause für sie, verbessere Sachen, erweitere dein Tierheim und vieles mehr. Sieh an, was heute auf dich wartet. Im schließen hier klicken funktioniert wieder mal nicht. Also das spinnt heute ein bisschen das gute Spiel. So ständig raus tabben. So, jetzt geht das wieder. Ja, still, ja, Computer näher an Welpen und Kätzchen. Ah, ich will sie. Titelgebende Klein. Ein Patch gab es bis jetzt leider noch nicht. Pferdehof, nein danke. Erstmal nicht. Frag mich gerade die ganze Zeit, war das was, wofür ich Geld ausgegeben habe, oder kam das kostenlos rein? Ich weiß das gerade nicht genau. Ja, 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 kennen wir schon. Tiere aufnehmen. Ja, ja. Wir nehmen Gaia auf. Zack, da kommt er. Oder sie. Vermutlich sie würde ich jetzt mal annehmen. Was ist das denn? Sieht aus wie eine Katze. Für so was Kleines, Süßes. So schnell weg damit. Dogrun. Der Auslauf. Ja, wunderbar. Setze ihn in den Käfig. Hier ist der Käfig. Ach, das ist ein Schieber. Essen kaufen. Und Wasser. Eine kleine Maus. Eine kleine Gaia. Der bleibt mal da drinnen. Die ist niedlich. Voll süß. Die Farbe ist schön. Zurück ins Office. Hallo. So, Essen und Trinken kaufen. Günstige, gesunde Butter. Ne, ich kaufe erst mal fünf. Und Wasserkanister auch fünf. Und Wasserkanister auch fünf. Bestellen. So, hier. Verstaue deine Sachen. Ja. Ja. Erst mal den Müll wegschmeißen. Ja. Okay Wasser Und Futter sollst du auch haben Bitteschön Ball Ich habe keinen Ball Ich muss den kaufen Oder habe ich einen Ball im Lager Guck mal Muss ich wahrscheinlich kaufen Ja Das ist gut Dann kann ich nochmal einkaufen gehen Nee Er liegt da anscheinend irgendwo Oder er sagt mir gleich Ich soll ihn kaufen Das ist ja hier Schade, dass sie das Nein Hallo Gaia Komm mal her hier Guck mal, der hat eine Narbe Das ist ein Hund Der ist ein Hund, der dann auch mal verletzt ist Ups So, quietschi Er bringt sie den Ball Ehh Ehh Foto Ja Achso, ich muss die Kamera erstmal kaufen Ja, Gaia Ach ne, die kann ruhig noch hier draußen rumrennen Lauf mal noch hier rum Rote Apparello kaufen Das ist ein Hund Ja, ich muss die Das ist ja Das ist ja Ich muss die Ich muss die Ich muss die Gut. Gut. Ach guck, wie lieb. Ein Ball spielen. Das ist doch ein schönes Foto geworden. Ja, Gaia reicht. Wir müssen jetzt das Bild scannen. So. Da ist es. Rein da. Ja, Gaia. Ist zu Hause. Foto hochladen. Da ist es. Süßes Bild. Och Mann. Das ist kein gutes Foto offenbar. Wieder sauer. Ich finde das schön. Siehst du, dass ein Shiba ist? Na ja, gut. Das sieht man vielleicht, wo geht nicht deutlich genug. Die kleine Maus. Ja, ja. Das Sitzen sah gerade süß aus. Na ja. Ah, das Bild so. Dumme. Lege ich mir trotzdem hier mit hin. So, dann hier. Hier ist Gaia. Okay. Da haben wir schon jemanden. Peter Fischer. Gaia möchte einen Menschen mit viel Zeit haben. Sie ist lustig und stark. Und Trollen. Und Trollen. Noch jemand für Gaia. Er schmust. Herrschichtig. Nimmersatt ist sie nicht. Ruhig und leise ist sie auch nicht. Okay, dann. Passt nicht. Dann gucken wir hier nochmal. Frank besser passt. Zu unserer Gaia. Nein. Sie suchen beide Katzen. Und hier. Misstrauisch. Schärst sich. Die ist sie nicht. Leise. Große Blase hat sie auch nicht. Arbeiten sie. Ja. Einerseits gut. Andererseits. Claudia. Mutig. Keine Angst vor Lärm. Ja, mutig ist sie nicht. Aber stark ist. Dummi. Verschmust. Räuber. Räuber. Wird schnell langweilig. Wird schnell langweilig. Ist auch nicht. Können auch sie hier mal angucken. Sie möchte einen lieben Hund. Ja, sie ist lustig. Ja, schlicht dich, Dummi. Hat Zeit. Sehr gut. Dann passt das doch. Ich glaube, besser wird es nicht. Schade, ganz zufrieden bin ich damit nicht, aber gut. Die Organisation hat einen Besitzer gefunden. Achso. Organisation von Besuchen. Okay, alles klar. Ich dachte gerade. Wieb. Ja, ich muss ja mal mein Dings finden. Hier ist alles anders plötzlich. Gaia. Hier, komm her. Yes. So, Gaia. Dann. Viel Glück in deinem neuen Zuhause. Tschüss, Gaia. Mach es gut. Meine Maus. Wiedersehen. Tschö. So, gucken wir mal. Ja, passt doch. Gut. Jetzt müssen wir zwei Tiere übergeben. Alles klar. Darf ich denn was einkaufen? Wäre ganz liebenswürdig, wenn ich das dürfte. 555 Dollar. Ja. Gut, das haben wir ja. Hm. Ne, ich müsste erst mal gucken. Ist der nächste, der, 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 der Zwinger ist mit dem Napf schon ausgerüstet. Oder der zweite auch. Ja. Näpfchen gibt es. Das war es aber auch. Oh, noch eine Bürste und so ein Sch... Da hier. Keks. Schneidmittel, soweit sind wir noch nicht. Hygiene. Besen. Kaufen war. Einen Mob kaufen war. Eine Bürste kaufen war. Fäkalienbeutel kaufen war. Spielzeug haben wir eigentlich. Einen Ball haben wir. Spielzeug haben wir hier. Günstig, so. Das packen wir jetzt erstmal aus, alles schön. Dann kümmern wir uns um einen neuen Hund. Kleine können wir eigentlich hier hinlegen, solche Geschichten. Hier drauf. Weil hier so, die brauche ich ja nicht so oft. Butter. Ah, das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal, dass ich das drehen kann. Upsi. Also auch hier so in der Ansicht, sag ich mal. Das ist natürlich gut. Habe ich noch eine in der Hand, ne? Achso, warum stelle ich das eigentlich hier? Ja, gut. Eigentlich egal. Wasserkanister, können wir hier neben stellen. Ups. Mist. Bäkalienbeutel können wir eigentlich in der Hand behalten erstmal noch. Bürste können wir hier hinlegen. Mop. Mop. Das ist einfach so klein. Naja. Wiederhinkommen wir das nicht, ne? Hm, naja. Okay. Ich dachte, das wäre ein bisschen größer. So, fertig. Jetzt gehen wir wieder ins Büro. Hallo. Morgen. So, weiter geht's. Tiere zur Vermittlung. Flauschi. Sammy. Lucky. Flauschi. Noch ein Flauschi. Kurier. Ich nehme einmal Flauschi. Und ich nehme einmal Lucky. Aufnahmeprozess ist im Gange. Okay, geht jetzt noch nicht. Ah, okay. Ich dachte, ich könnte die vielleicht gleichzeitig schon zumindest schon mal aufnehmen, so. Na gut. Hallo, Flauschi. Oh mein Gott. Du bist süß, glaube ich. Hallo, kleiner Flauschi. Bleib mal stehen. Mal gucken, wie... Okay, er hat Hunger. Flauschi ist hungrig. Ich könnte Futter helfen. So. Wasser sollst du wahrscheinlich jetzt auch leer, ne? Ja. Nächstes Bedürfnis wäre, dass er aufs Klo muss. Heißt, ich könnte ihn schon mal nach draußen setzen. Der Zwinger ist echt ein bisschen traurig, muss ich sagen. Er ist aufgefressen. Ach, was bist du süß. Oh, guck mal. Oh, du bist so lieb. Ich möchte gerade gerne ein Foto machen. Moment, geht das? Nee, schade, leider nicht. Schön. Du Flausch, jetzt geht's nach draußen für dich. Und wir nehmen den nächsten auf. Wahrscheinlich Lucky. Wenn der noch da ist. Lucky, da ist er. So, Luckylein. Gucken wir mal, was das für einer ist. So ein junger Mann. So ein kleiner, oh. Lucky ist sehr gelangweilt und braucht dringend Futter. Okay, also Futter ist einmal wichtiger als Langeweile, würde ich sagen. Guck mal hier, der ist süß und klein. So, Lucky. 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 Oh ja, da hat er das hingemacht, schon. Ah ja. wieder in den letzten Tag. Was machst du, Flausch? Muss noch, okay. 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 Wie, Lucky ist fertig mit Fressen. Ja, der muss dringend spielen. Moment, ich muss mal was machen. So. Na, komm. Ui. Süß. Sehr Lucky. Nochmal? Ja, machen wir ruhig. Okay. 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 Mal noch, dann genügt es erstmal. Okay. So, da bist du wieder und reicht. No. Süß. So. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Nee, nee, Lucky. Wir legen den Ball weg. Okay, Klausch, B. Ist auch noch nicht bereit zur Adoption. Wollen wir jetzt einen Moment warten? Warten. Lass den Wischer stehen. Oh, Flauschi hat irgendwo Geschäft gemacht. Wo? Wo denn? Ich seh gar nix. Tja, ich weiß es leider nicht. Die war doch da hinten die ganze Zeit. Hm. Ich seh hier tatsächlich nix. Ich muss erst mal wieder rein. Aber ist es, jo. Ich auch. Autsch. So. 5000, okay. Flausch können wir schon mal noch... Waren hier nicht gerade fliegen? Oder ist das was anderes? Anscheinend was anderes. Hm. Gut, ins Office. So. Dann brauche ich beide schon mal scannen. So, Lucky und Flausch. Oh, Lucky ist auch so weit. Na dann. Jemand für Flausch. Räuber möchte er nicht. Flausch ist ruhig. Und hat Angst vor Lärm. Möchte keine Kinder im Haus, okay? Na gut. Er ist einsam. Angst vor Lärm. Ruhig. Okay, dann passt das doch schon. Hat einen Garten und Zeit. Ist doch wunderbar. Rühlig ist er. Passt. So, Flausch. 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 Ein neues Herrchen wartet auf dich. So. Steigen sie bitte ein. Hm. Ist Flausch. Flausch. Wiedersehen. Tschüss. Passt eigentlich ganz gut. Oh, ja. Ich glaube, es ist erstmal Kohle. 458. Okay, das ist nett. Danke sehr. Gucken wir mal noch nach jemandem für Lucky. Lucky, Lucky. Lucky ist leise und neugierig. Und er möchte Erwachsene ohne Kinder. Hm. Achso, ich habe hier noch gar nicht geguckt. Räuber stark. Große Blase. Glücklich ist er alles nicht. Mir sehr leid. Bei er. Hier. Und er wünscht der Eigenschaften laut. Ja, sie ist er ja sogar leise. Einsamer Bewohner. Kein Garten. Beschäftigt. Kinder im Haus. Okay, schade. Dann ist es ganz klar. Dann geht Lucky an Emily. Und wir können Bilder aufhängen. So, Emily wartet schon. Dann rennen wir mal los. Schnell. Dann haben wir diese Quest auch noch geschafft. Und dann ist leider auch schon Folgenende für heute. Hallo. Lucky, dein neues Frauchen wartet. Kommen Sie bitte mit. Junger Mann. So, bitte sehr. Alles einsteigen. Bis Lucky. Erweitere das Tierheim. Genau. Das ist unsere nächste Aufgabe. Machen wir. Beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Tut gut, mal wieder zu spielen. Auch wenn ich immer noch nicht wieder ganz fit bin. Aber passt schon. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin macht es gut. Ich werde jetzt nochmal kurz speichern. Speichern blockiert? Warum? Achso, weil er gerade selber gespeichert hat. Jetzt kann ich selber. So. So, jetzt aber. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.